live klappt wo ist dann der video immer etwas wird nicht richtig immer etwas wird nicht direkt klappt ich habe gerade Zoom-Sessionen das ist definitiv viel, viel, viel mehr einfach geht ein Ton es klappt das freut mich so schreibt er auch in den Chat mein Andermannscht Webcam first main Webcam Webcam 3, 2, 1 go halli hallo die Jero was nicht zu wie geht es dir? alles an der Reihe schönen Dach schön wir da sind da bis zur Spaziergang nein moin alexander guten noven domenico das alles an der Reihe hat er erschienen Dach Danielson hast du moin Danielson du warst heute nicht am Zoom ich muss aber noch ein Testmatter machen wenn ich soll mal den Tester machen Danielson nur im Video Chat wenn du hast die Zeit so mal beschehe dis-moi wann das du warst für den kleinen Test der lekture ja Aspargo salut naja und das ist dann die Video Chat Nummer wie viel aus der Teilung steht das dann 480 ah moin moin meine Kathrin schon 480 Video Chat das ist doch geckig loco was ctn ok moin dann jetzt schreibt feiern er schloss alexander schreibt ja mal sagen schönen dach du hast korona man schlimm kajian lang moin ja gesiedert ab der foto den Danielson hüdet schon erkannt es feiern schloss mich mengen hier steht feiern er burs ich geleber direkt an den wikipedia gucke da geht raus wie geht das schon mit du ja das ist die wikipedia artikel über feiern und da steht feiern mit der burs foto steht doch burs für feiern da können wir erst informieren die nächste link an dem chat können da du heim ja alexander live aus feiern ich kann auch um diese welt ries goe me gleich die idee geschrieben hat lever gerne das biller hei von lütze burs gesagt reichkult ganz flott platzen wie gesagt das der problem mit dem copyright von der foto wikipedia gewesen da ging ich so fängt man 20 leute guck es man wie freier haben ab können die wir haben den wird so ja lexion von haut vor lexion von haut die as high man statt und webcam mal die molars auch moment kein web cam und lexion aus haut an der optik das für niveau a22 buch schweizier lütze niveau a22 gesundheit an high denn der kapitel hecht an dach abtickt abtickt da das weiblich an da das boteke dabei dafür so mal an an dann abtickt das weiblich an das ein position an da an abtickt was schreiben sie dann durch eins liest er laus dat wir da schwäizt wir da no und da hai ein rei fu wir da an dir geseit die wir da hohen ein bestimmte farf er sit rosa hell rot dat sind weiblich wir da ein pl ein plus da hell blu dat sie männlich wird da verbannt ein thermometer a gering dat sind dann die sächli scheind desinfektions mittel da hat desinfektions mittel aber zu und sie mehr sollen du wieder leuchttere maja da gucken wir mal das 963 ich mache dann halt kurz mein Mikro aus da lauscht er da enke ja lest er lauscht er wieder schweiz er wieder noch Pöl Ploster Kretsch Verband Thermometer Sirop Lesbrüll Zollöf Kompressionsströmp Zannbiest Tei Desinfektionsmittel Liest alle Okay wurde alles verstanden wurde ihn froh nee kein froh gut ihn eng froh da froh uns hei wat kriegt er net an de abdikt kreizt ue wen un an dem zoom kre lo von vier runde waren ein rei schüler die so leesbrill kriegt er net an en 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 schüler so den dach och leesbrill kan en 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 van mal leesung vom buch kucke da gesehen sie und kratz und gekreizt ein kratz kredite dann en abdikt zara schreibt ver klor merci ein kratz oder de plurial 2 kratzen ich weiß nicht ob das stimmt weil ich meine kratz kredite aber auch an an abdikt oder nicht ich weiß das nicht schindel ist ich weiß das nicht man hat so anderen kommen als buch was kriegt er dann abdikt also schmengen kredite in alle sonder abdikt von den sachen halb wie sie mengen ein kredite dann anhänger abdikt dann aus der zu schauss dann der nummer 3 für was braucht ihr die sachen und du musst da abpassen dass sie setzt mit weil parce que because und du setzt mit verb und schluss verstärkt und wie es soll und so weiter amadou schreibt ne kein froh merci gell geschehen amadou ähm manch ein bisschen wie klang so da ein bisschen mal eine plats was okay ähm aber man hat schon ein exerzis so gemacht man könnte noch nach gucken weil das ganz wichtig wichtig äh dann alexander schreibt ein kratz muss wahrscheinlich am fährhaus an der optik bestellt gehen muss bestellt gehen doit être recommandé wahrscheinlich ja ich weiß nicht das tank von der optik äh mit der kratz oder der bengel den bâton also ich will einen pöl weil ich den kopf wollen ich brauche ein plus da weil ich mich an der fange geschnitten hohen und er tut er wahrscheinlich auch dahin präpariert ich lese es brauche krätschen weil ich be gebrochen ich kaufe einen verband weil ich stand verstaut tun ich brauche ein thermometer weil ich feyver muss 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 sein mesurer ich hole eine zero weil ich den haus tun ich brauche ein lese brille weil ich nicht mehr gut gesehen ich brauche ein salve in pomade how do you say that in english in creme ich brauche ein salve weil ich probleme mit war ist in ne ich kenne mal ich kenne was das ist ein art ein art ist das shot weil ich ein ausschlag hohen sprach ein soll weil ich ein ausschlag hohen ja ein ausschlag ein eczema rote platz sprach ein solle was ausschlag hohen ning ich brauche kompress s ström an den das man f weil ich probleme mit war ist hohen zehn ich brauche ein zähn bäischt ha zehn dat aus den c weil in die als we mit wirst le soll für le changé chack mo ich trinke kamillentee weil ich den bauch weh und ich brauche ein desinfektions mittel weil ich etwas desinfizieren muss merci das lesung hohe den engfro engfro kengfro bo also ein das lesen an der klasse könnt ihr erst alle selber frohe stellen für was brauchst du ein soll und das ist in anderen welchen ausschlag hohen für wat trinkst du kamillentee welchen bauch weh hohen für wat hältst du siro welchen haust und so weiter könnt ihr erst gleichzeitig frohe stellen und heute zum schluss also ein rappel schönen ausschlag ich brauche ein soll weil ich ausschlag und wie gesagt du hast gemacht ob exerzis punkt der lu die starten der johai heuerst link mir hunde schon enke gemacht moja moja giselle kein froh ge geschieht da mussten ma zu und auch von de problem was mit ton oder so ja dann hohen die geschichte mit wel füllt den versatz von schläft richtig aus beispiel hindringt waser punkt hindringt waser komma weil hindringt duscher es punkt hindringt den apel hindringt 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 apel ja könnt ihr an den chat schreiben für wat ist hindringt hindringt apel an den 2 hier bleift du heim hier ist krank hier bleift du heim und dann resultat merci sara den ton ist excellent und nach den 3 für wat lacht hat nie hat als immer trowerisch hat lacht nie komma und dann äh te end van ja schrijf trowerisch an den chat etwas kleines also schnissene schreier länge und kontrollieren ob die mattschaft oder ob der alles versteht das nicht schlimm andere fehler schreibt andere fehler schreibt er kann ich wenigstens direkt verbessern ja traut kese 1 2 3 kaya schreibt weil hier du stich aus ja der bracht kippung zum ende punkt das schon du den zwei schreibt aber 2 theater schreibt weil krank aus ja tigra mit bortpostal das ganz klang das ist für bräver sorry ich muss rufen weil ihr krank ist und dann 3 für was lacht hat nie hat das immer traurig hat lacht nie weil hier ist ein apel weil hier giselle weil hier krank ist ja alexander den feld was für um k den 3 aus weil hat immer traurig aus ja ich brauch plackenil weil ich kein koronavirus erwischen will das stefan ja corona das ist nicht so einfach hat lacht nie weil hat immer traurig aus wer was am schluss das wichtig muss nicht immer sehen das verärschen einfach wird das in froh nee da ging zurück am gelektion ob feiern was schon ein von erst da war da die burs schon ein besitzen als es scheint würde dir gefallen ja da geht es weiter seit 117 und das im audio 6 es ist er liest er lebst der text rein aus dialogen an der abdick wie er schwarzt und hier er mal setz also muss das so die klient oder die klient die schwarzen oder den abdickter schreibt c oder h hat den setz abdickter oder abdickter und so weiter das ist noch 64 dann mache mein Mikro aus liest er lauscht der Text drehen aus den Dialogen an der abdick wie schwarzt de klient klient oder den abdickter schraif c oder a hannert de satz eind as er hoscht drüchen oder lass zwie dat kriet leider nit ohne rezept drei den doktor soht es soll mol eng aner zucht probieren vier dir muss die pölle beim ersten holen fünf ich kriege nach medikament gegen den durchfall sechs ich mache ein kopi die kriegt pölle nach vier sechs meint sieven er das um mir acht hod jang ord vom doktor ning kann dir dat medikament schon zing mein mädchen hod desu rout platzen ob de ben elef sie dir schwanger zwier lef und vier ma sind drein zing wie alle sehr jung vier zing wie er seine matriküls nummer fuf zing wie dags muss ich zahle vtrop machen sie zing will dir ein klang oder ein gross pack um liest er laus der text drehen aus den dialoger an der abdikt wie schwetzt de client client oder den abdiktor der abdikt tisch schraif c he sind schnee was schrafen wir dann alexander schraif ja et gede ganz scheine feier dach mat fackeln am sommer super zu feiern und du uns oder speziell lütze bei ich meine sie so noch nicht feiern sie in an antwort an sin hier niss mo ja dann kukum ha als er in höchst rischen oder las as man ha als er in höchst rischen oder las das a drischend se se las konsil liquide die kredi leider nicht ohne rezept das a den doktor so ich soll mal eng an zucht probieren c ila die he said i should try another kind je devrais essayer in autre sort die muss die pölle beim ersten holen a ich kreien nach medikament gegen den durs fall durs fall c'est la diarrhée wow super alexander merci ich mache jetzt ein kopie die kreit pölle nach für sechs mails donc vous les recevrez encore pendant six mois you get them for six months das tippt et das zume yeah that does declare it's my turn set them who do you know the nose from doctor that does a optic can do that medica man show may major note is a road platz and up to be road platz red spots plus rouge so der schwanger schwanger als deutsch word für et wo au cent are you pregnant my purist in the zone am in ava lutz bayer weder am lutz bayer se den hat erwacht erkannt she's waiting for a child elaton enfant oder hat crit erkannt möchtest ihn aber vielleicht die son verschwanger und wir sind das den abdickter oder abdickter schon da das froh paraport zu der sie und das zu mir ja la serie jungen abdickter vs r matricule nummer abdickter veidax musik zalef droppe machen zalef c'est la pomade la crème droppe machen c'est bien mettre sur la peau put it on the skin veul die un clank oder un gros pack pack un boite und die comme ça avec les médicaments dedans big or small box ca john fred was das durchfall im moment schen ich gehe mal ob google images gucke c'est la diarrhée monsieur madame ich weiß nicht so let's see how they translated it in english war das durchfall vielleicht son basta ld son lopratore durchfall la diarree an am englischen diarria ja das ist okay problem du kannst du instant replay alles am youtube videoarchiv nachgucken dass wir kurs ja den in opel die kann er machen es leichte live in concert video chat des kreuzer bursch war das durchfall scheint wird sehr fort pdf wie alle serien wir sehr matrikulnummer weil die ein klang oder eine auspackung hohe zu sehen froh nee dann um mannach der punkt 6 schreift zu 2 in dialog an der abdikt an integriert ein paar sätze aus der übung von auf wurde von ihr nicht wird er von ihr stehen exerzis präpariert ja dialog an der abdikt mathe ein paar sätze aus der übung nummer von auf geht man ja der mikro geht aber auf das ist wenn ich geschwärten wo schwarz sowieso für nicht nee wird kein apps präpariert soll sich der weise war das präpariert und der tisch schon die beste geklaut verleihe an der lesung durch steht nicht direkt seit 100 durch zehn jahre du hast nicht da weiß ich erst war das präpariert in einem menschen das scheitert falsche dokumenten machen so nicht präpariert ich sehe schon ein klang und text den ich präpariert ja gucken wir mal an der abdikt klang und dialog den logat so geschrieben und inspiriert von den texten den sie mal am zoom viel gelesen und wie macht das so mehr bei das klassisch wie kann ich ihr schäufe das ist die klient also also was abdikt aber das ist super beim ding du bist du gehst 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 du immer den auto formate das 0 brauche ich können so und da ist die b die b erste klär wie kann ich ihr schäufe und da sieht die klient äh voila hier ist die ordnung zu meinem hausdoktor und dann ist das schon geschieht preisst du nicht mehr viel nur wieder nur setzt sich hier ist die ordnung zu meinem hausdoktor und da sieht die abdikt da oder die abdikt immer menschen wenn ich gelieft ich kann alles sich und dann sieht die abdikt ich schreibe nicht auf die verpackung wei dags die medikamente pro dach muss tuehle also eh einmal pro dach zweimal pro dach vier um erste noch um erste sie meint das immer ganz gut und da fräht der abdikt oder der abdikt ist das alles und da sagt er ja das ist alles will dir ein Tietchen ein petit sachet äh do you want a little bag ja merci macht wenn ich gelieft alles an ein Tietchen und da sieht die abdikt da das möchte ich da 56 Euro oder nicht so ein echt das ist das für 56 Euro schmecken sie so das ist das das ist das für 56 Euro wenn ich gelieft immer immer wenn ich gelieft oder hi geht wenn ich gelieft ihre Code hi an ja das ist für die Visa und dann die Klassiker merci a ver voilà Alexander schreibt Dialog an der abdikt wo die App ist kein Corona Fragezeichen ne ok merci a di bis nächstes Jahr wir sollen es bis zum nächsten Jahr bis bis nächstes Jahr bis das nächstes Jahr bis das nächste Jahr oder bis nächstes Jahr das geht doch bis nächstes Jahr bis nächstes Jahr merci a das war mein klangendialog den ich für erst mit läuft präpariert tun weil ich bei mir geduld tun komm Jerome mache klangendialog sie hatte bestimmt ganz viel zu den und sie hatte kein Zeit für die kurze präparieren oder klangend exerzist zu schreiben da meine statt für ihr krankendialog dafür 56 euro also normalerweise funktioniert so nur dem schema natürlich von dello kann oder nassut dann muss er beschreiben weiterhut ein trick werde ich auch nach machen weil die medikamente die unheimlich ich nehme und mich ich nehme ils ont des noms impossibles they have impossible names was man ist dann ich hole ein Handy und mache eine foto für medikament ich mache eine foto du medikament also okay medikament mega mache eine foto und gehe in die aptik und ich hatte das heiter wann ich lef toot teacher a bag ja toot als gross toot an teach als klang an teach ich krieg das me me ein i before it got two e's or eyes me was just na ein i son operatoren der me nicht kalkulatoren das evolution nicht nur denken ein krengs ein krengs sa 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 revie das ab sa ist das wie er hat schon mehr gehst pro nom artikel partitiv artikel oder partitiv pronomen excellent ja so kann ich auch mal sehen wird ich nach ein froh ne da weiß nicht nach was der programm ist für für nix kreia für den don ist dann also im acc ich save nicht do wo ist mein buch ja nix kreia also für den don ist der präpariert von schrift seit 100 uhr 10 119 119 als rote schley plus ihr conseil rote schley das ist die plurial für rote schlo sammelt weiss es muss den dialog lesen an einer streichen was rote schlo ist so you have to underline die advices wiederholung grammaire das sind natürlich modellwerben vergisst übungen nicht übungen sind am zusatz material dann seite 119 um telefon das stefan beweist als er ganz talent kommt mit ein teacher füllen ja das geht auch gesucht ein teacher für ein joint oder für ein drog kommt mal ein teacher füllen stefan du hast viel mit jure tl schätze den das ist gut um telefon und heim muss so ein telephones gespräch so ein dialog es geht wo parley oder es den maschinen wir sind die roboter was für sätze kommen von einer maschine und was für ein sätze in telephones gespräch gespräch g oder m und die läschen ausfüllen will remplir les trous please fill out the holes and that's it that's for the next career also that is for the don 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 have so pass don 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 have you a fe 22 well in don the 21 as fe c'est ça c'est jeudi on va faire an atelier ok bon où est o une fois a question se fan c'est éducateur richtig Ich möchte noch einen Exerciß machen, ein Lid oder ein Film. You want to do another exercise. You want to do another exercise, a song or a film? How many people are there? Where is that? Ah, what is that? So many people! I'm already scared. I don't know how many programs are. I play a speech. Oh, Alexandra, I forgot to go to the house for RTL. I have a test on Zoom and I haven't done so many programs. I don't know how many programs are. I play a speech for B2, that's a bit harder. But we can do another exercise, a Lid or a film. Where is that? What do I do? No, I do. Exercise.lu. Asperger writes a film. Michelle writes, I'm late. I'm late. You're not late. You're late. You're late. You're late. You're late. I'm late. You're late. You're late. Instant replay. You don't know anything. You can do anything. Vincent Weiss. Vincent Weiss. Yeah, so you write a film. One write a film. Then... Michael, it's still a film. Michael, das knapsst du bald, dann direkt. Ich will den Film. Okay. Dann gucken wir mal. Zack. Was für Film willst du dann hören? Nummer 1 tun wir schon gemacht. Nummer 2, weiß ich nicht. 3, 4, 5 oder 6. Ich weiß nicht, was wir machen. Ah, mit der Kamera. Ja. Den 1, das ist ein Iron Man. Den 2, das ist ein Papillon. Den 3, das ist ein Terminator 2. Der Feuer ist Troublemaker. Das ist ein Litz-Bürger Film. Der Feneff, das ist ein Flew Over the Cuckoo's Nest. Das ist ein Flew Over Luxemburg. Das ist ein Flew Over Luxemburg. Also, ich weiß nicht. Wenn das nicht passt, Jerome, da kannst du jo gehen. Ich sehe noch keine. Ach, was weiß ich, wie ich meinem Konzept kommen kann. Also, ich weiß nicht. Nummer 6, das ist der Film Misery. den aspargo sieht nun mal in allen mann sie sind feier oder in seffern schreibt los als liebe frede feier mich selber one flew over the kuckus ich meine die nummer schon gemacht der nummer schon gemacht kommen wir mal die letzte bürger den mann an der gemeinde feier namen absit lütz bei kultur also schicken erscheinen link den drei nummer schon gemacht ist es mein noch und zwar als den extra high ob der sich nummer erwin aller recherch der win henheit den johnny gudebo de johnny chicago hier stein am film pardon hier sieht man zingem kollege hat sie zwei sind zusammen sie stehen den erwin der freden die bov wo es den erwin und die bov antworten gut vulgär kannste clip lauscht tun denn als schei vulgär also wird schreif ma da bei der frau nummer eint ist das film das film ist troublemaker 2 kommen diese filme raus dass der film kaum am januar nonzing hundert a danach sicher aus drei wie ist denn habt akteur von anderen musen du ab es ausfüllen lassen so einfach durch eine schrift jahre wand wer wirklich ja das steht dann habt akteur ist jahre wand wer wirklich also in aus welches diese film ja zwei jahres wenig kaum das verb herauskommen das ist ein trennbar verb separabel am am profi diese film kommen am januar nachts heraus und dann wie ist denn habt akteur von dessen film den haupt akteur ist jahre wand wer wirklich spielt rolle von jacke gudebo alias johnny chicago und diesem extra der alexander net hier der alexander netz der alexander netz hier fünf und diesem extra und dann der nummer von auf wer hat sie denn johnny chicago zum zudem äh zum klang auf also hier seht ja da maul heine zudem also wo ähm was hat sie denn da dieser satz gefällt mir das äh er hat ihn als kant ganz viel maul heine zudem das ist auch äh ziemlich vulgär et ça veut dire commence pas à râler à critiquer ou petit con là maul heine zudem il y a le mot maul là dedans maul c'est la gueule commence pas à gueuler ou quelque chose comme ça maul heine zudem don't talk like a rebel maul heine zudem also wo wie schreibt er beim fun of also and tell where he is wo an richtig alexander wo in drunas maul heine zudem stop talking trash maul heine zudem also wo in drunas an der nummer sechs äh wer tut er mal da geschrieben ja äh den zwei weini net wei oh tu und j'ai fehler gemein ja weini komme des films raus merci katerin merci 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 an der nummer sechs mit drei buch vom film trabe maker geschrieben da das er passe komposé wird geschrieben a écrit an drei buch der das bin an den laden von sich drei buch drehbuch screenplay das szenario ja äh äh ne äh 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 6 äh wie schreibt das aspargo ja wir werden wir drei buch vom film vom aus kontraktion von dem film trabe maker geschrieben denn an die bau schon die schon michelt rein ja und die schon michelt rein den aus leider mit mir einer da ist aber es schon ming magister habe ich die worte schon michelt rein und geschrieben wenn man ja ich kriege moment war die mietrisse muss ich treue und zwar da gehen ich dann aber mal nach sichern wo warst du dann ja michael treiner manns wird ich kann machen bis reklam für literatur weil er ist ja michael treiner das den dritten august feierer 50 zu römerling ob welt kommen an und hast den 1 januar 2016 gestorben hier war oter übersetzer akkomponist sein leben sein werk dieses zeit zu es germanistischer geschichte zu wien abon studiert und nun als hier staatsbeamte gehen funktionär expert für kärenhandel akkulturen und lang für den neuen feuergruppe geschrieben der das satireblatt gewischt an am katerfußing im koran prozent zum islam konverte an engreis ob mecker gemacht ja in der koran ob lezburg überseht bis dezember 2014 war der jean michael jaja treinen auch mamba funder schuhrer er war bestürt er popfen zweckern alle da sind sind bischer wursch anna lisa jato volt weiß meist schlittschung freund weiß meist dass das ein ausdruck für le polisier sur moto the cops on the bikes weil die sind immer die hat immer ein weiß uniform dank für den großen ton die und ich auch nach anna lisa jat und ist schon immer flott sind schreif weißt ja da weiß wie geschreven nicht wer flott weil ihnen doch so geschreven wie die jungen die muss geschwäten so wie mehr geschwäten und wird dann macbess vom shakespeare überset macbess und da tut noch besuch besuch oh besuch der alten damen das tut das flott buch vom friedrich türen mat kurzgeschichte gedichter sketcher also ganz aktiv an high steht dass ein drehbücher das dunkle szenario dialogen an und den drehbücher vom andy bausch singen filmer troublemaker an europa beim boom von 80 mann geschaffen regelmäßig satirische artikel am letzten bei land den neuer feuer krupp rtl radio bei den dekappen noch hat man gemacht ja sie wird der koran alles am detail an das literatur ach ich stehe nicht doch ha 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 wenn ich mich dann dahinter gesagt jürgen luling letzte wo ich heute bestandsaufnahme und veranschaulichung magister abisch an der hunde jvote john michael trainen modert fried mich haben wenn ich nachher habe es geschrieben mach son pierre zoom auf das literaturarchiv an der schock abschied eines multitalents ja das war für sein dort voilà de john michael ganz interessanter personage leider aus dem dort wo und dron as ja dazu mehr so am letzten wo bist du dran toni ula vorbaste dron ma da kann man gucken wo man wird ne lauter dazu sind dron so nach werb so und sie doch und drüßen wir haben sie lo dron so wo in drunas am sinn von die uese truf tell me where he is das so mit tatsächlich und das ein flott turnier und dafür war mir die europa gefällt mich weiß nicht dass die john michael treinen dad alles gemacht bis ich keine gelehrte schritt person name jean michael ja und dann zurück bei der filmquiz also wenn der drehbuch vom film travel maker geschreven in die bauz an der john michael trein so moya stefan wat schreibst du maschens da das interessant wir in alle regionen hier am land ja wo wukes adura feseli wird geschütten ok ja dann inschein abgeschrieben externe film travel maker ja dass die videoclip an non-profit channel ich meine selbstverständlich keine sohn nummer da also als die zehn ich hatte es am liebsten euro vier gespielt youtube aus super streng das egal ich meine erste link nach ein kaya hi chat an der kinder wird lauscht und gucke voller klänge exkurs an filmwelt heute zuletzt bürg und ersatz in mein kamera röm schön ob singt platz hoewen an den an den an den an den an den motz ek fattig schmutzern das was der avalow ja an die bananen joss also röm do bananen joss wala game world game world up the poor shy woewen auf dem dach. So, machen wir ein bisschen Party. Dance. Boogie want to land. Ja. Und ich habe es vergessen, an mein Logo. Wo ist mein Logo? Bude. Auf was im Kontext? Das weiß ich noch nicht mehr. Bude, Tigran. So, ja, hat es uns eine Riening froh? Nein, dann muss ich noch ein A1,2, also muss ich noch ein Niveau A1,2 plus A2,1. Und ich kann ja auch so, was für Seite, wenn ich da nur empfangen. Äh, das sind Seiten. Hoppla. Seiten, 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 wo war's der? A1,2. Ja, da wird mir leicht gestorben. Bleiben, äh, ja, das sind Seiten 90 und 91, also 90, 91 und A2,1 sind dann Seiten 44 und A45. Jetzt könnt ihr dann für moi präparieren. Bude, der Mutzack, ja, richtig. Mutzack, mit Bude. Wird es uns noch ein Riening froh? Nein. Da sind ja schon vielmals merci, dass ihr da heute dabei wart. Das war mein Video-Chat und für heute Wish thing to me 2020. Ich hoffe, das geht dir gut. Passt gut auf ihr Job. Dann Alexandra schreibt, die Gelle Riegel von der Kooperative ab. Der Chef freut dich über den Ab. Und du einfachst, mach, mach doch kein Söchen. Nicht mach dich. Mach doch kein Söchen. Oder mach ich kein Söchen. Ich sind dran. Ich sind dran. Sätt an moi. Wo bist du dran? 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 Ja, Giselle, ich wünsche noch ein schöner Nürn. Was soll ich sonst noch für sohn? Geht nicht ab. Wenn du eine Idee hüttet, meldet mir. Entweder, wo man eigentlich hier solle lesen, ein Schägeischen oder ein Söchen, ein Thema. An der Giselle, ich höre hoffentlich moine Nürn. Oumni Ngawa. Merci. Au revoir. Wo ist das? Im Laufe. Im Laufe. Im Laufe. Oumni Ngawa. Im Laufe.